Ja alle Jetmen, ich bin Ali G, das ist mein Homie Siki, mein Beatboxer. Das ist Kamlo aus dieser Spielothekssicht, die geht gerade auf mein Iphone, Guck auf Raspeed, auf 18 Eurofach. Und das sogar auf neuen Medien, das überhaupt nicht geht. Ich werd jetzt was vorraten und dann mal sehen, was dann passiert. Okay, 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 sie geht mal in den Beat, einfach immer nur in den Beat. 100% Kriminalität hier im Koto. Ich schlafe nach Zahn, unterm Kissen meine Kekku, unterm Bett meine Binky, im Schrank meine Mixkita. Meine Jungs im Instinti weg, es ist nicht schlechter, keine Brötchen wecker, so genannt ich war Verbrecher. Krieg ich deine Mutter, diese kleine, schlange Mutter, und deine Mutter ist im Wachen, dein Vater in der Trappe. Nein, andersrum, ich krieg ihr Heftis und Hundesohn. Und das war's Leute, Rap am Steintor.